Hüpfung, kurz vor wie du meine Freunde, Arafat und Ali Boumedier, antworten auf das Statement von Lars, das IGJ-Statement. Arafat meinte irgendwie zu der Zeit, er war befreundet, man, mit Bushido, und dass er ihn so hintergeht, hätte er echt nicht gedacht, man. Und Ali war auch mega enttäuscht. Lars, ich kann es verstehen, man. Du hast dir darauf erhofft, irgendwie, dass du eine große Karriere machst. Guck mal, Ali wollte auch Karriere machen, er wollte mit Samra, Kappi und Akraus und Kontrolle, er wollte mit allen zusammen die Farid und Keule vernichten, Mann. Oder Lebeschef, was macht er? Arafat's damals bester Freund, was macht er? Er geht hinten rum und verricht euch, verdammt nochmal, sonst ist Ehrenlust des Todes. Mein Gott, also wenn ich Bushido wäre, würde ich mich ja unruhig fühlen des Todes. Wenn ich meine eigenen Leute verrate, das ist der Ehrenlust des Todes, meine Freunde, vorbei mit ihm. Also Shido, geh nur noch, wollte auf Polizeischutz spielen und weg mit dir, Mann. Ab nach Kanada. Okay, meine Freunde, das war's, wie du von nun, dann. Boah, abonnier und gleich nicht vergessen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.